Hallo und herzlich willkommen zu MalerTV News und das sind unsere Themen heute. Neuer Vorstand bei der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main, Remmers startet neue Podcast-Reihe, Ardex übernimmt Mehrheit an der WDi GmbH und Fischer startet neue Videoreihe auf YouTube. Die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main hat eine neue Führungsmannschaft. Auf der Mitgliederversammlung Ende September standen nämlich Neuwahlen für drei Positionen an, da die Innungsführung sich nach den Vorgaben der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main neu aufstellen musste. Zum neuen Obermeister wurde dabei Felix Diemerling hier rechts im Bild gewählt. Jürgen Jobmann ist fortan sein Stellvertreter und Joachim Leitschert hier links, der seit vielen Jahren die Innungsarbeit im Bereich Buchhaltung, Schwarzarbeitsbekämpfung, Initiative Faires Handwerk und Mitgliederbetreuung unterstützt, übernimmt zum 1. Oktober 2021 die Geschäftsführung. Insgesamt vertritt die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main im Bereich Frankfurt, Darmstadt und Offenbach über 230 Betriebe aus dem Maler- und Lackiererhandwerk. Remmers hat einen neuen Podcast. Mit dem neuen Remmers Bautenschutz-Talk liefert der Bauchemiehersteller fortan nützliche Informationen für die tägliche Praxis kurzverständlich und unterhaltsam. Alle zwei Wochen erscheint jeweils dienstags eine 20- bis 30-minütige Folge des Expertengesprächs der Remmers Bautenschutz-Produktmanager Natascha Büsing, Jens Engel und Rainer Spiergartes. Dabei informieren sie über aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Abdichtung und Sanierung von Bauwerken, Fassadenschutz, Innendämmung und weitere relevante Bereiche des zukunftsgerechten Bautenschutzes. Gestartet ist der Remmers Bautenschutz-Talk bereits Ende August mit zwei Folgen rund um die technologische Entwicklung der Abdichtung von den 1950er-Jahren bis heute. Die zweite Folge beschäftigt sich mit der jüngsten Abdichtungstechnologie, den sogenannten Reaktivdichtungen. Und auch darüber hinaus sind bereits weitere Folgen abrufbar. Reinhören lohnt sich also. Der Wittener Bauchemie-Spezialist Ardex beteiligt sich mehrheitlich an der WDGmbH, einem führenden Hersteller von Systemen für hochwertige Badlösungen, mit Sitz in Amstetten. Für Ardex ist dies die bislang größte Akquisition der Firmengeschichte. Die WDGmbH wird aber weiterhin eigenständig agieren. Zudem bleibt Stefan W. die Gesellschafter und Geschäftsführer. Und auch Fabian Rechlin bleibt der Geschäftsführung erhalten. Für Marc Islamloy, CEO der Ardex-Gruppe, ist diese Kooperation ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und die Freude über die künftige Zusammenarbeit mit W. die Groß. Mit dem Erwerb des Marktführers für wasserdichte Dusch- und Bausysteme mache die Ardex-Gruppe einen großen Schritt nach vorn. So Islamloy. Der Befestigungstechnik-Hersteller Fischer hat einen neuen YouTube-Kanal. Mit die Festmacher hält Fischer ab sofort verschiedene Serienformate rund um die Themen Bauen und Befestigen bereit. Dabei können sich die Zuschauer viel Inspiration für das eigene Tagesgeschäft oder auch das private Bauprojekt holen. Darf im wassergefüllten Bohrloch befestigt werden? Und was sind die fünf besten Tipps zu Wärmedämmverbundsystemen? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Fischer Akademie-Trainer versiert und verständlich in den neuen Videos. Das Format Infestigativ gibt den Zuschauern Einblicke in den Arbeitsalltag verschiedener Handwerker. In den Formaten Q&A und How-To geben Trainer der Fischer Akademie zudem hilfreiche Befestigungstipps. Die erste Staffel ist bereits angelaufen und enthält ein breites Spektrum an Themen und Eindrücken aus vielfältigen Gewerken und Branchen. Zugleich geben die Trainer der Fischer Akademie auf dem Kanal die Festmacher Tipps und Tricks zum Meistern alltäglicher Befestigungsaufgaben. Bereits jetzt stehen 20 Videos bereit und jeden Donnerstag und Sonntag kommt fortan neue dazu. Ja und das war es dann auch schon wieder mit MalaTV News für diese Woche. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alle weiteren Infos aus der Branche finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. 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 Tschüss.